Hammer! 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 Das Thema wurde wegen mir gewählt, weil ich der Hammer bin. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Und ja, ich meine... Warte, warte, warte. Wir bauen jetzt das, das in Großen auch, okay, Ronja? Flo, bist du da? Flo, hallo? Ich überleg grad, was ich baum. Wollen wir Tor bauen? Und das jetzt, wir wollen jetzt das nach, warte. Ja, bei mir aber nicht. Warte mal, warte mal. Nee, wir hatten Hammer. Echt, okay. Sicher? Oder war's Donner? Nein, Hammer. Nee, wir hatten Hammer. Stimmt, Ronja war auch dabei. Ja, ich hab einen Hammer gebaut, der war nicht so schön. Der war richtig süß. Der war... Der war richtig süß. Vier, oder? So, und bauen wir alle vier, alle vier, ja. Wollen wir den nicht ein bisschen größer machen, für die Zeit, die wir haben? Ne, tops, wir werden nicht fertig, so wie wir uns kennen, so wie ich mich kennen. Okay, aha, aha. Also, das wird richtig gut. Jetzt kommen wir auf die Größe an, jetzt kommen wir auf die Detailhaft. Wollen wir machen, Stormbreaker und bitte mach nicht alles voll mit Gras. Doch, alles voll mit Gras. Mach mal Dschungel. Warte jetzt so? Ja, Dschungel, soll ich wieder Dschungelbiom ändern oder was? Ja, warum nicht? Doch, hier schon geht. Jetzt ist es ja. Biom und Dschungel. Abgeschlossen oben. Ja, weil da oben muss ein... Ja, genau, genau. Aber ich finde, das sieht viel schöner aus, wenn das so schön grün... Also, wenn das viel grüner ist, weißt du? Also, anstatt dieses normale Fadegrün... Fadel! Ach, sieh aus, die Wahrung! Sieh aus, die Wahrung! Ach, sorry. Warte. Warte. Ich könnte probieren, Thanos zu machen. Ne, unten ist es nicht. Nur oben, warte. Unten ist es nicht? Stimmt! Boy, und Thanos, der kniet! Thanos! Wo Thor in den Armen trifft. In den Armen trifft. Äh, oh Gott, ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das machen kann, wie ich das gut darstellen könnte. Was hat Thanos für eine Hosenfarbe? Äh, Lila, ne? Wenn nicht Lila, die hat so goldene Rüstung. Goldene Rüstung. Äh, okay, ich probier das mal. Das ist richtig gut. Jetzt, warte. Warte, ich mach, äh... Ja, warte, so. Hier innen, warte mal, ich glaub... Ah, das ist richtig schwer, den, äh, ich muss mir grad überlegen, wie, 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 wie Thanos da aussah. Was hat Thanos denn für ne... Du musst ne 1 Warte hoch machen, dann ist das symmetrisch. So ne Goldrüstung kannst du ja nicht, äh, komplett golden machen. Glaub ich mach's hier so, äh... Ne, warte mal, ich glaub ich muss... Ne, ich muss nicht, stimmt, ich muss ja die, die, die Dings das kleiner machen, die... Äh... So, bam, bam, bam. Oh Gott, oh Gott, äh, was hat der, was hat der denn für... Weißt du, warte, ich mach's halt einfach so. So, zack. Irgendwie, warte, irgendwas stimmt hier nicht. Ah, ich glaub ich hab's zu weit gemacht. Äh, das, das, 1, 2, warte. Ja. So. Ah, perfekt, danke. So, bam, bam. Wenn wir das fertig kriegen, dann ist das gut. Ich hab noch eine Idee für oben. Ne, warte mal, jetzt bin ich durcheinander, jetzt hab ich mich selbst durcheinander gebracht. Äh, so, bam, bam. Ja, baust du diese Schnalle, oder was ist es, diese... Ja, warte, warte. ...außen drauf? Bauen wir die oben drauf quasi, dass die dranhängen. So, jetzt muss ich kurz... Kannst du eigentlich gleich machen, warte? Weil ich mich... Ich steh mir das grad so... Ich muss mir das vorstellen. Machen wir das oben mit der Katzen halt? Äh... Ja, mit der Katzen genommen. Das ist so heller. So orangeig. Äh... Ach kacke, wie... Flo, ist das richtig schwer. Das ist grad richtig schwer, dass du das darzustellen. Was ist schon wieder? Keine bösen Wörter. Was denn? Richtig, Tobias. Das ist kacke, ist nicht schlimm. Ein Euro in die Schimpfdose. In die Fluchkasse. In die Fluchkasse. Ja, in die Fluchkasse, genau. In die Fluchkasse. In die Fluchkasse. Aber warte, die Ecken müssen hell sein, die Ecken müssen auch aus Birke. Warte, warte. Warte, die sind, glaub ich, so, oder? Ah, genau, die sind so. Ja, ja, die sind so. Und dann... Ist denn so? Eigentlich sind die... Genau, die sind so. Und dann... Genau, perfekt. Hä, wie kann ich den dann clean machen? Oh, warte mal. Weil ich wollte eigentlich so machen, warte. Das ist so... Ich prob... Ich schau grad, ob das... Ja, du sagst das so einfach. Das ist... Das ist aber nicht einfach, weißt du? Ich bin... Ich bin richtig verwirrt. Mein Hirn kann sich das nicht vorstellen, weißt du? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Können wir das nach innen eins bauen? Wir können es auch eins weiter drauf machen, dass man hier so macht. Aber das ändert nichts, oder? Äh... Egal. Das sind die Felder einfach größer, oder? Aber... Sind die Felder? Die sind ja nur eins höher, die sind ja nicht größer dadurch. Warte? Ist egal. Ich hab... Ich hab's eins weiter aus dem Board. Okay, ja. So... Den... Warte mal... Terracotta... Ich hoffe, ich krieg das jetzt gut hin. Äh... Wir sind... Ja, passiert, ne? Dann ist der mittlere Teil halt ein bisschen enger. Äh... Guck du nach. Ich bin grad dabei. Wie mach ich... Oh mein Gott! Das ist doch in der Tat, das wird so kacke aussehen. Da... Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Den oberen Teil fertig. Ja, es ist... Es hat Schwächen. Hallo! Hilf mir! Hey, ich schaff mein eigenes nicht mehr fertig. Unseres hat paar Schwächen. Ahm... Du musst mir doch schaffen, mit 8 Minuten einen Anus zu bauen. Ja, das ist... Das ist schwieriger als du... Schwieriger. Ja, das ist schwieriger. Warte! Ist auch schwieriger. Ich weiß, dass ich falsch gemacht hab. Ah, kacke. Ich muss das mal abbauen. Tops schon wieder. Jetzt langsam ist er mal wirklich. Es! Es reicht! Verdammt! Tops, wirklich! Meine Mutter wird sich... Ja, wenn es nicht gut... Deine Mutter wird sich denken, ja... Was ist denn meine Tochter da? Was redet denn mit so einem tollen Typen da? Der ist ja einfach super. Ey, der ist ja voll der klasse Typ, ey. Wow! Der kann ja richtig gut bauen. Und... Wahrscheinlich... Meins sieht aus wie ein Alien! Weißt du was, Flo? Ich mach mich einfach. Du kannst euch gut bauen, Tops. Was ist denn los? Diesmal musst du... Diesmal musst du es machen. Ich... 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 않는... Ich... 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 Hätte... ich werde aus ich glaube dass man sich so machen manches das ist schwer das gut darstellen zu können mit dem mit den bombern und klammern dann kommt das hier so runter das gesicht wo sie mit den übergang hinkriegen so komisch was aber lief ein text ist geil ja tubs bambam bambam weiß sogar ein kaktus auf der seite wir uns führen hat einen kaktus gemacht wen wundert es ist krank ist und ja das schwein ist krank nein doch das schwein ist krank ich habe das gefühl wir holen das tubs ja 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 das war ich noch ich war es nicht meine blöcke gehen nicht wie macht man denn eine schwein also macht man das schwein war flüge also stehens macht flügel genau verdammt dann funktioniert das nicht so aus wir hören was ich noch ein bisschen dicker machen hier so drüber da na das sieht eigentlich gar nicht so weit aus ja zumindest sagen ich versuche die selben flügel doch doch ich habe ich habe es jetzt ich brauche ich brauche nicht brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche es ist jetzt wie noch von bar so obere irgendwo okay du hast du das gemacht hey wenn man wieder kennen was ich geboren was ist nein denn denn dings dann schweine schwanzieher ding sieht gut aus ja ich habe gehofft dass ich das wow hat mir mal ein dingensens gemacht naja das ist auch das einzige was cool aus wie sorry aha er ist noch nicht fertig deswegen kann ich mich bewerten ja weiß nicht irgendwie nicht schön es wird schon irgendwie einfach an dich selber glauben ronja einfach zu denken andere können doch sind wirklich gar nicht so schlecht das wenn du auf der andere zeit auch noch zum flügel machst ja ein bisschen weniger so in gesicht zu machen ein bisschen mehr jetzt noch mal hier die sind voll süß aus meine schweinchen nein so sehen keine flügel aus nee ich möchte ich möchte testen wie du bist so flatt dann schau mal guck dir die form von meiner oberen an das ist ja aber ich habe 1 ich habe meins ein bisschen dingensens ich weiß nicht warum du das weiter runter machst machst doch einfach zwei ich möchte so 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 wollte es eigentlich nicht auf so zwei ebenen ich wollte deswegen ich werde das ist so sofort aufschlägt weiß ich meine also das ist dass er sozusagen wie nennt man flattert oder so sowieso band fliegen schon mal das ist nicht schlecht das ist eine gute idee meiste ronja ist richtig gut aus der zige außer wenn ich war bei mir ist eine gute idee ja das ist wirklich so ja aber weißt du woran das liegt flo ey wenn du grad sehen würdest was ich hier bauen das ist ja richtig cool also irgendwie kann man in den mund reinbauen wie ein schweinchen oder ne ich glaube es ja zu viel das schweinchen ist gar nicht schlecht ich bin voll überrascht sooo ich habe am Anfang gedacht du saßt ja aber ne alle jetzt kommt das jetzt kommen die augen ich war mal irgendwelche wolken daneben und muss ich mache schon blumen gibt dann noch irgendwas anderes man erkennt das einfach ich bin auch fertig und die dinge sie haben noch 30 und ich weiß was ich tun soll hilf mir mal bitte das wird jetzt schwer werden aber mach mit partikeln bitte das ist so bei den flügeln dass die partikel gut sind wie macht man das guck ich fixe dann sie ein bisschen Klassiker ja dann mache ich hier noch so die dinge sind hin ey man wird ganz klar kennen was ich gebaut hab das sieht dann richtig cool aus von uns wirklich jetzt was das ist an dem stock dran gehalten das ist so ein geiles schwein das ist selber wie wir versucht er hat sogar einen boden ins selben boden was ist das ich kann nicht sehen super kack lol das das gesicht das sieht komisch aus das gesicht ja es kriegt ein ich hab guck gegeben was ist das das ist ein schaf das ist ne kaste ohne haare das ist ne nackte kärze das ist ronald mcdonald was soll das denn sein das ist ne ronald mcdonald das ist ne warte das ist nicht mal von uns das ist aber ok unseres ist noch cooler unseres ist noch cooler ja das hätte man das auch machen können ja ich glaub ich hab die flüge hätte ich wie auch jeder sowas macht oh ein schein hätte ich noch machen können so einen äh das ist ne gute idee aber der rest von dem schwein sieht so richtig kacke aus sorry naaa kacke lol das ist irgendwie einfach nur ein weirdes gesicht jetzt guck dir mal meine schweinchen an guck mal das rechts guck das rechts ist dunkler das links ist einfach nur richtig hässlich weil es hat nicht mehr ohren man kommt unseres oh was ist das also das für die zeit tut mir leid für die zeit das ist auch kein schwein das ist das das ist ein schaf falsche blöcke dämon schwein vom gesicht her das ist aber jeder macht zum boden wie irgendwie so was was ist das wo wird das das kriegt ein gut das kriegt ein gut das kriegt ein gut aber jetzt fliegt nicht wirklich einfach fliegt nicht wirklich was ist das das ist kirby vom feuer stern aber das ist alles andere mit der monsternase äh monsternase das ist unseres lol ja wahrscheinlich alter nein wo ist mein ogen halt die augen baggen wo ist mein ogen hä als ob wir vierter platz sind wir sind vierter wir sind vierter ja äh schlaf schön ja träumen wir schönes gute nacht tschuuu tschau